Hallo, mein Name ist Laura. Ich komme aus Jevenstedt bei Rendsburg und biete teegeschützte Aktivitäten mit Rindern an, unter anderem Kukuscheln und Kupatenschaften. Das Besondere ist, dass diese Rinder nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Ihr Lebensunterhalt wird durch die Patenbeiträge finanziert. Es sind insgesamt neun Tiere, die in einem festen Herdenverbund leben. Ihr Zuhause ist ein offener Stein mit Stroh und ganzjährigen Weidezugang. Dies hier ist Pippi. Sie ist noch auf der Suche nach einem Paten. Wenn ihr Pate werden möchtet, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Das Faszinierende ist, dass jeder Mensch und jedes Tier einzigartig ist und eine eigene Geschichte hat. Deshalb ist dies ein wunderbarer Begegnungsort. Kommt aus Land und lernt uns kennen. Ihr müsst dadurch Freude bringen und euren Alltag bereichern. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020